hallo ich bin herzlich willkommen zu einer weiteren folge badwars auf meinem kanal heute mal wieder auf revie und ja ich bin wieder auf der map platzangst ich weiß nicht so wirklich worüber ich trocken soll es ist ein vorbereitet vor prozess video und ja ich habe jetzt keine themen ausgesucht da alles jetzt hier so am letzten tag auf den letzten drücker gemacht werden muss und ja ist halt ein bisschen belastend hoffen wir einfach dass die runde relativ schnell und schmerzfrei verläuft das wäre ja nahezu perfekt dann haben wir die ersten schon der typ greift seinen nächsten nachbarn an das heißt wir haben jetzt genug zeit für den nächsten typie das freut mich natürlich scheint mir jetzt nicht so der profi zu sein haben wir hier einen hacker und er hat zwei herzen alter dass ein hacker ist werde ich jetzt auf jeden fall noch mal durchgehen und den versuchen zu töten wobei der nächste kommt zu mir alter der ist auch runtergelaufen ja ich muss den hacker kill ich muss den hacker kennen da ist oberste priorität der wird zwar jetzt wieder mehr herzen haben als ich aber ist egal der jetzt oder ich glaube zumindest dass ein hacker war es haben ja extremst nach einem knockback aus ich habe jetzt keine hose gekauft alter ich bin so ein profi ja auf jeden fall sind jetzt auch schon fast alle teams wieder ohne bett da bis auf wir natürlich team grün hat aus einem anderen nachbarn geholt das ist interessant dass er nicht durchgerusht das zu mir dann aber für sich müsste der gesehen haben dass ich komme aber naja da hinten ist auch schon der die das letzte spieler und den bekommen natürlich hoffentlich gleich auch noch fände ich persönlich sehr sick hoffen wir jetzt einfach mal dass die blöcke reichen so wie es aussieht ist das der fall und er bringt sich um schlau hier in seiner stelle auch gemacht ja das war noch eine schöne runde badwars 8 x 1 auf revie auch wenn sie kurz war es ist ein video ansonsten bringe ich vielleicht noch ein zweites oder halt wirklich täglich das wäre natürlich am besten mal sehen ich hoffe ich hatte euch trotzdem gefallen wenn ihr mehr revie badwars sehen wollt lasst den like da lasst den kommentar abonniert meinen kanal falls er euch gefällt und ihr es noch nicht getan habt bis zum nächsten mal und tschö mitte